was glaubt leo von lg gaming tv ist wieder am starten damit herzlich willkommen zum nächsten video auf unserem kanal heute gibt es wieder in der runde fortnite mit dabei ist mein kollege der patrick den ich hören werde der seinen ton noch aus hat weil ich dann besser konzentrieren kann aber nicht wundern ich rede nicht mit mir selber ich will noch in der plästigen party mit dem reden auf jeden fall und ja das neue update ist draußen die mini gun ist auch dabei die hat wir schon öfters mal gehabt und ja schauen wir ob wir sie auch in dem video diesmal bekommen werden hoff auf gute runden wissen wir haben jetzt drei runden gespielt einmal wurden wir zweiter wurden wir dritter mit dem duo und einmal fünfter mal schauen ob wir jetzt noch eine bessere runde hinlegen können nur ich sagen dass jemals dann gleich wenn wir in der runde sind so wir sind bei plästen park gelandet mal gucken ob wir jetzt hier was reisen können genau hier ist eine kist gleich mal jawohl genau armin hier bei mir ist alles ich habe eine shotgun und schon gewähren ich weiß nicht ob er mir noch mehr gelandet sind ich glaube aber nicht ich habe eine sturmgewehr haben schon ein bisschen aber hier ist die tür offen machst du das untypisch dass hier wieder jemand ist drüben ist eine waffe sehe ich von hier ja oben weil du bist durch die tür gepackt so gut aber da ist voll die dings die kiste weg jemals ist hier im burscht wo ist oder ist die doch hier unten ein trank scheint schon genau da die kiste das ist immer noch haben wir jetzt haben wir das haus durch wir müssen in die richtung egal ist weiter was hier ist die kiste warte das ist ein haus wo man durchloten können eh noch zeit können wir alles durchgehen kannst du mal oben ins haus gehen vielleicht damit noch fußballfeld ist eine kiste steht 0 zu 0 und da ist wieder so ein brüller drin das liegt da oben war nicht wissen es gar nicht hat kann das glaube ich naja ich will noch schnell die lirne waffe hier werden wir das galieren über die lirne war versorgen jetzt noch die in schott nächstes mai bestes ab geht's die zone wo bist du denn gut gut mitten auf dem wasser haben sie auch hochgebracht schlaue schlaue leute auf jeden fall er ist da jemand ich glaube im wasser springen dir was keine ahnung ich weiß nicht ob ich mich verguckt habe aber ich glaube da war was egal es wäre es dann wie wir in die letzten zehn wieder wenn mit drei runden wo ich gut war könnte die zone hingehen ich würde schätzen dass die depot loche das stimmt schon mal ein bisschen vorfarmen schau mal hier hinten ist glaube ich nichts noch eine holzhütte auf dem berg läuft niemand klar wissen wo die zonen geht nein genau 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 bei den wäldern hier stunden willst du noch kurz noch die sachen noch ein bisschen umstellen ja die zonen ja die zone das haben vor paar tagen wo wir den sieg epische sie geholt haben dann war es vor paar tagen auch schon dumm gestern war das da haben wir da auch war hinten die zone genau da zwischen den ganzen welten deswegen mal schauen wie es da läuft ja die sind auch auf dem dach links auf der licht sich schwarzen halbwert noch erwischen trägen der rennt weg von 222 warum und frei der rent bilder beschnatschen ein haben wir eine andere schießt andere schießt der lager der hinterher haben wir auch doch jawohl perfekt jawohl perfekt perfekt jawohl sehr gut schuss die grüne dem stärker mit so perfekt bildet noch eine blaue hätte nicht so viel dringend weiter der sturm kommt in dem stärker wir müssen mal jawohl man das ist auch gut er kommt schon ja wir sind da schauen wir uns schon in der zone davon wird schon gebaut bei 120 alles klar was ein fail würde ich sagen sehen wir uns nächsten runde wieder so wieder bei fatal fields gelandet wie immer standard mäßig ja da gibt man eine snipe den trunk gebe ich mir leid ja ganz gern die snipe nehmen ich weiß auch nicht wir sind backsteine nehmt ja diesen dings in dem haus lassen das links 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 nicht rechts egal hier wird noch eine kiste sein wahrscheinlich noch eine shotgun kannst du kannst du kannst die snipe das risiko oder jetzt reinzugehen zu den silos lassen ich gehe mal kurz hier in die hütte in die rote ich mache jetzt einfach nur auf du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du das hier ist nichts doch noch nicht ist hier weitergehen noch kaputt haben hier ist nichts drin wir sind am arsch und jetzt sehen diesen oben loche das ist ein piegel zugriff immer da hauptsächlich so ein klo mitten im gang die waren schneller weg bei es die holen wir jetzt irgendwie jetzt stürme nach vorne hier haben sie wieder was medikett übersehen das haben sie auch geil gemacht und muni kiste scheiße sie haben die haben glaube ich mein tipp darum was davon liegt die war wieder spaß hier nehmen nein jetzt müssen es muss eine gute runde wenn jetzt auf geht ja gehen noch kurz dahin dann gehen wir zurück hier sind frei frei ich muss essen wir müssen ordnen hier dass er wieder so eine und ordnung das erste stelle so passt ist da irgendwas hat die letzte mir da ja wohl ist perfekt die muss erst mal ganz davon tun das ist der busch ich nehme an können auch aus da ist da ist doch das sehr wichtig ich brauche mal noch bisschen holz an die kleinen sachen nichts großes nicht so viel lernen machen es ist aber diesmal habe ich ein ganz gutes gefühl außer es passiert wieder etwas unbeschreibliches dass wir auf einmal in der falle auftaucht auf einmal gegner da sind hier oben kann ich auch ausgucken liegt nach einem sturz am boden glaube oder wir sind noch drin am ende das wäre perverse geht also mein top 10 ein meter nehmen wir uns die mara und ich nehme das lieber das schnell schnell wohin sagen wir hier durch die ruin am besten Hier unten durch am besten Schlüffsatz hier noch hier, den nehme ich Problem ist, von wo könnte die jetzt noch am besten kommen? Lass mal hier die Dings in die Höhle genau Der hoch ist so auffällig, genau wie das hier reingehen Kiste Ich hole die Hast noch Platz? Ich nehme sie Für den Shotgun Die ist wichtig, also sie kann entscheidend sein auf jeden Fall N6 Lass das, ne Lass hier bei Merkleisen wir schon mal einen Top 5 Das wäre schon mal Stimmt ja Auch wenn es halt nicht so ansinnig ist, aber trotzdem Mit ein bisschen defensiven Spielweisen kann man auch hier den epischen Ziel holen Und mit Null Kills Wie wer? Salud hier neun leute, jawohl Wenn er da unten läuft nicht runter springen so sinnlos, einfach hier warten Ich bewege mich nicht Aber wenn es nicht sieht einfach, dann kann man ihn holen von mir aus Aber Ich bewege mich nicht Irgendwann was sie da drüben gebaut haben, wie so Minecraft Hey wir müssen nach oben irgendwie gell Wir müssen uns hier hoch bauen Ich war das Scheiße Ich komme jetzt hier hoch Ich war das Ich bin da raus Wollen wir rechts runter Na ich weiß Ich muss das mal hier hoch Ja wir sind ja in der Schneidzone Zwei Lutob seit neben uns Das gut ist, wir haben da auch ein bisschen Schutz durch die Bäume Gucken wir mal zwei Lutob direkt vor uns Das von hinten Wir sehen das glaube ich sowieso nicht Egal Langsam vorbauen Wie machen wir das jetzt schon Wenn du mit Ja Es wird saulustig Ich habe das Leibach ganz gesehen Ganz vergessen Und ich sehe es halt nicht das andere Problem Ich war es nicht Ja Wollen wir jetzt da hinkommen Ich sehe es schon nirgends wo wir rausgucken Das ist mich noch eingebaut Ah patti 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 Aber wir müssen gleich hier raus patti Ach die scheiße auf Was ist denn Ach die scheiße Ach die scheiße Ach die scheiße Ach die scheiße Der willst wissen der typ Nenn ne für uns Der schießt er dumm Oh fuck Weg Lass aber weg Was war das Was war das Was war das Lass ihn durch die zonen oder Ich mache medikit Wo Ja ich sehe nicht den scheiße Ich weiß Ich weiß nicht wie er im schreckt aber Was soll ich das nennen Machen Ach scheiße Hey ganz so gut dass wir nur top 3 oh man egal dass wir uns gleich im hauptmenü noch mal wieder leider konnten wir in zwei runden in epischen sicht nicht holen wir haben unser bestes geben per die auch mental natürlich auch wenn er nicht zu hören war mit ganzem melan dabei lassen daumen nach oben da und abo wenn es nicht getan hat aktiviert die glocke und folgt auf den social medias auf jeden fall damit ihr nicht mehr verpassen werdet und wir sagen bis zum nächsten video und ciao